So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Leon Elektronik zu einem neuen Video von mir, wie wir hier sehen. Das ist der kleine Bach, der rüberführt zum Wiesengrund. Und wie wir sehen, da ist Wasser drin. Die Mauer hier, was wir sehen können, schützt das ab. Hier so ein kleiner Schutz. Und ich zeige euch mal jetzt, wie es da ausschaut. Ich gehe mit euch da jetzt mal hin. Und ich zeige euch mal, wie es da ausschaut. Und ich zeige euch mal, wie es da ausschaut. So, dann löst ich das Tunnel. Da führt das Wasser hin. So, hier unten die zwei Rohre. Da kommt das Wasser raus. Und füllt sich hier wieder. Da sehen wir auch, hier ist alles voll mit Blätter und Laub und Moos. Da ist so eine kleine Mauer drin. Da können wir auch ein bisschen näher rangehen hier. Eine kleine Mauer da drin. So ein schönes Eck, wo das Wasser eigentlich auch reingeht. Das stand normalerweise immer bis daher, wo die Algen sind hier. Also schon mal ein bisschen hoch. Heute ist es nicht ganz so hoch, deswegen können wir da draufsteigen. Ja. Gut. Jetzt werden wir jetzt noch ein zweiter Dings gucken hier auf der Seite, sehen wir so ein Ding. So ein, wie sagt man drauf, so eine Metallstange, über die man drüber laufen kann. So. Also ich mache das jetzt natürlich nett, weil ich habe jetzt keine Stiefel an. Wenn ich jetzt Stiefel an hätte, hätte ich sagen, okay, ich mag es, weil ich hätte mich an dem Wasser abschnüpfen können. Ne. So. Also wie wir sehen. Ich stehe jetzt drauf. Und ja. So da hinten ist das andere Tunnel. Da oben ist die Brücke. Und wenn wir diese Brücke, was wir jetzt hier sehen, hoch gehen, kommen wir direkt zu Erlanger Stadtwerke. So. Gut. Soviel dazu. So. Das nächste Video, was ich euch gern zeigen möchte, ist jetzt der Weg zur anderen Seite, seh, des dieses Baches. Und da fahre ich jetzt mit euch mit dem Fahrrad einfach mal hin, dass ihr das auch seht. So. Da steht das Auto da, mit dem wir ihn jetzt machen. Auf geht's. Schmeißt euch beinern. Wir starten so durch hier. So. Okay. Gut. Na dann. Anderen Weg. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich nehme auf die Rückseite davon, dass er es auch mit dreht. Und da ist. Wait. Ja. Wanne ich auf die anderen Seite rausgeume, die sind vollkommen. Also. Ja. Ich nehme auf die Kamera. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da geh ich jetzt auch noch mit euch hin. Ich hoffe, dass wir jetzt nirgendwo unterstacken in das Loch. Bin hier noch nie gelaufen. Deswegen haben wir doch mal schön langsam und professionell. Aue. Geht nicht mehr. Da geht's nicht mehr. Hier, eine andere. So. Gut. Dann haben wir die Schnellstraßen. So. Jetzt gehen wir zurück. Wir werden den ganzen Weg zurück. So. Okay. Ich will da bleiben. Dann passiert nix. Dann kommen wir da auch zügig durch. Okay. Durch sind wir. So. So. Hau rück. Hau rück. Hau rück. Okay. Gut. Ich muss aufpassen, dass wir damit Wasser fallen. So. So. Ja, da kommt's da durchzulaufen, ey. Sag's euch. Okay. Jetzt nehmen wir die Abkürzung wieder. Durch das Gestripp. Das geht schneller. So. Okay. Gut. Ja, da seht ihr es nochmal. Da ist das Wasser. So. Und ich lauf's da wieder schön entlang. So. Ich zeig euch das. Jetzt kommen wir auf der Seite schon wieder. Und links. So. 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 Okay. Den hab ich grad neig geschlossen. So. Okay. Jetzt. Ich lauf euch das an. Hier kommt er zurück. Ans Ende. Und da ist die Holzbrücke. Wieder. So. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.